Ich glaube nämlich immer noch nicht. Wir erleben nicht, dass wir irgendwie nach Hause kommen, unbeschadet, dass dann alles dann toll ist und wir glücklich Cupcakes mit Tante Grace essen. Das wird nicht passieren. Ich kann mir nichts anderes anklicken. Darauf steht Faye Street. Dann ist mein Haus in dieser Richtung. Warum ist der Mitnerziss für den Mond? Er ist riesig. Er ist riesig. Unser Zuhause ist auch in der Richtung. Gut, dann... Oh yeah. Oh Fran, es tut mir jetzt schon so leid. Hier sind wir. Sieht viel grauer aus als in meiner Erinnerung. Ich hoffe, Tante Grace freut sich, mich zu sehen. Oh Fran, es tut mir jetzt schon so leid, was passieren wird. Also ich habe keine Ahnung, was passiert wird. Ich glaube, es wird etwas Schreckliches sein. Die Blumen sind ziemlich tot, die Armen. Ich hoffe, es regnet. Es tut mir so leid, kleine Insekten. Nicht herklaufen. Oh. Ach, kein Schlüssel. Was ist das? Ein Zettel? Darauf steht, ich habe den Schlüssel gezeichnet, Fran. Fran? Das bin ich. Aber ich habe keinen Schlüssel und der Zettel ist auch nicht von mir. Das ist alles so verwirrend. Was soll ich jetzt tun? Das bestätigt irgendwie mein schlechtes Gefühl. Schau mal, die Rosen sind verdorrt. Und die kümmert sich niemand. Also auch nicht Tante Grace. Und hier steht, ich habe den Schlüssel. Fran. Aber Fran sind ja wir. Hat sich jemand von uns ausgeprägt? Tante Grace. Hallo? Vielleicht ist sie nicht zu Hause, Schatz. Hast du den Schlüssel? Nein, ich habe ihn nicht. Aber ich weiß, irgendwo ist da ein Schlüssel versteckt. Ich muss mich nur erinnern, wo. Für ihn. Ja gut, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Die wollte ich noch anschauen. Wow, es öffnet sich. Und ist das ein Schlüsselloch? Ich frage nicht, was passiert, wenn ich den Schlüssel finde. Detroit hat mir nicht erklärt, wie das funktioniert. Ich muss es rausfinden. Viel besser. Schneid den Kätzchen den Kopf ab. Da müssen wir ja auch noch reinschauen und haben keine Ahnung, wie. Oh, das ist das Fenster in meinem Zimmer. Die Vorhänge wehen, wie eine Flagge. Dann ist mein Haus wie ein Schloss. Wie Eterstars Schloss. Hat sich vielleicht irgendjemand für uns ausgegeben? Oder sind wir gar nicht Fren, sondern irgendjemand anders, die... Wie bei den anderen Zwillingen. Ne? Einer ist verrückt geworden und die andere eben nicht. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nein. 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 Ich habe keinen Schlüssel und der Zettel ist auch nicht von mir. Ja, richtig. Ich habe den Schlüssel. Ich finde es übrigens immer noch bedenklich, dass wir hier mit einem... ...blutigen Messer rumlaufen. Ich kann auch nicht irgendwie hinter das Haus gehen. Ich kann auch nicht mit der Katze reden. Ich habe nichts mehr, mit dem ich die Blumen gießen könnte oder so. Kann ich da reinschauen? Da drin ist es sehr dunkel. Okay, was ist da? Hm, ich kann nicht reingucken. Ha. Okay, also reingucken können wir schon mal nicht. Ich bin gerade ein bisschen nervös, gehe ich zu. Weil... ... mir... ...kraut es ein bisschen davor, was wir im Haus finden werden. Ohne Schlüssel geht die Tür nicht auf. Ich muss ihn finden. Aber da ist auch keine andere, da ist keine Schwester drauf, ne? Irgendwie war so viel mit diesen Zwillingen oder mit diesen Schwestern, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass wir auch irgendwie noch eine Schwester haben. Weil irgendwie, dass das so komisch ist, ne? Kann ich... Ich kann sonst nirgendwo reden. Ich kann auch sonst nichts anklicken. Kann ich noch... Müsste mit nachdenken. Finden wir den Schlüssel für diese Tür. Ja, wie denn? Was soll ich denn tun? Ja, ne? Ich dachte, wir können... Ne, egal. Total komische, wirre Gedanken, die da in meinem Kopf vorgingen. Ich habe den Schlüssel gezeichnet, füllen. Und wenn den doch wir haben und es gar nicht wissen? Ich kann damit nichts machen. Kombinieren damit geht auch nicht. Benutzen. Palantras Kiste mit der Tür. Das kann ich nicht tun. Kann ich das Haus anzünden? Nein, kann ich auch nicht. Ist ja Quatsch. Oh, Muckimän spielt dein Leid? Ich muss... Ich dachte, ich hätte das ausgeschaltet. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kann ich doch mal das Fenster hochheben. Nein, kann ich auch nicht. Katze, sag mir doch, was ich tun soll. Ich habe auch keine Leiter. Oh! Komm mal her, Katze, du musst hier hoch und durch das Fenster klettern. Ich konnte den Schlüssel nicht finden. Scheinbar habe ich ihn schon genommen. Du hast den Schlüssel schon... Aber hast ihn nicht? Das klingt sehr seltsam. Ganz komisch. Ich habe eine Notiz gefunden und weiß nicht, dass ich sie geschrieben habe. Aber um jetzt hineinzukommen, musst du hochklettert und mir die Tür öffnen. Na gut, wünsch mir Glück. Du schaffst das, Katzchen, sei vorsichtig. So was dachte ich mir dann schon. Deswegen wieder hochklettern müssen. Aber ich dachte nicht, dass Mr. Midnight das macht. Also, wir sind jetzt nicht Mr. Midnight. Weil ich dachte, wenn der da reinklettert, müssen wir hier quasi durch das Haus nach unten und Fran die Tür öffnen. Mr. Midnight, hörst du mich? Katzchen, öffne die Tür. Oh Gott. Ach, der Doktor. Shit. Fran, ich kann es nicht glauben. Du lebst. Wo warst du? Dr. Dern? Mir geht es gut. Lassen Sie mich nicht zurück in die Anstalt. Bitte bringen Sie mich nicht zurück in die Anstalt. Ich habe dich so lange gesucht. Wie konntest du entkommen? Das geht Sie nichts an. Bitte gehen Sie jetzt. Aber warum bist du draußen? Ich habe den Schlüssel nicht, aber Mr. Midnight ist drin. Er ist hochgeklettert durch das Fenster im zweiten Stock geschlüpft. Mr. Midnight, ist das nicht deine vermisste Katze? Ja, aber wir haben uns am Ende gefunden. Darf ich fragen, warum sie hier sind? Ich komme hier um Grace zu treffen. Ich muss ihr etwas Wichtiges sagen. Ich glaube, sie ist nicht zu Hause. Nun, vielleicht ist es besser so. Du wirst mit mir kommen müssen. Nein! Ich verlasse mein Katzchen nicht noch einmal. Warten wir, bis er die Tür öffnet. Fran, ich glaube nicht, dass deine Katze drinnen ist. Das ist unmöglich. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Er ist drin. Er macht gleich die Tür auf. Hör auf, Fran. Sieh es ein. Deine Katze ist tot. Du musst jetzt mit mir kommen. Vielleicht haben wir uns ja Mr. Midnight auch nur eingebildet. Oh nein. Was ist da drin, ganz alleine? Ich frage mich immer noch, ob wir einfach ein verrücktes kleines Mädchen sind. Tut mir leid, Fran. Ich will dir nicht wehtun oder Angst einjagen. Ich mache mir nur Sorgen, Mr. Midnight. Ich habe ihn wegen Ihnen verlassen. Lebt er wirklich noch? Natürlich lebt er. Warum sollte ich lügen? Das fühlt sich alles so falsch an. Weißt du, Fran? Ich wurde von der Anstalt verwiesen, weil ich zu viel wusste. Ach ja, weil sie die Kinder gequält haben, denke ich. Ich habe Dinge herausgefunden, die ich noch nicht verstehe. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Schau dir diese Dokumente an. Die Polizei befragte Grace Degenhardt, Lucias Zwillingsschwester. Schon wieder Zillinge? Aber die Polizei bekam keine nützlichen Informationen. Das Nesthäkchen der Familie Fran Bow wurde einen Tag nach dem Mord an ihrem Eltern im Wald aufgefunden. Sie erfror. Was? Hä? Liebe Gladys, erzähl der Zeitung von Fran Bow. Sie wurde im Wald aufgefunden, erfroren. Sie lief von zu Hause weg, als sie herausfand, dass ihre Eltern ermordet wurden. Geliebte Fran Bow, 17.12. Oh, die hat nur ein paar Tage nach dem Geburtstag. Zehn Jahre alt ist sie geworden. Angeblich. Fran hat nun keine Schmerzen mehr. Wir hoffen, du triffst deine Familie im Himmel wieder. Was? Oh mein Gott, das ist so psycho, dieses Spiel. Oh mein Gott. Also, entweder wir sind tatsächlich tot und das ist jetzt quasi die Hölle, durch die wir gehen oder, mein zehnjähriges Kind kommt nicht in die Hölle, oder das ist ein Fake, quasi eine Zeitungsente, die von irgendjemandem inszeniert wurde, wahrscheinlich aus der Anstalt vielleicht, damit die Anstalt in Ruhe an verschwundenen und toten Kindern, in Anführungsstrichen, irgendwelche Experimente durchführen kann. Denn wir haben ja gesehen, falls ihr euch daran erinnert, dass in der Anstalt die Pillen vertauscht wurden. Also das, was wir als Duotin genommen haben, war eigentlich gar nicht Duotin, das war was ganz anderes. Na, wir haben da im Keller von der Anstalt so eine Kiste gefunden und da war das drin, dass es ausgetauscht wurde. Und schon wieder Schwestern. Was sagen die denn mit Schwestern? Am Ende war es, am Ende war es Tante Grace. Aber ich bin nicht tot, das sind alles Lügen. Das sehe ich. Ich habe auch herausgefunden, dass sie die Medikamente vertauschen. Seht ihr? Genau. Genau das. Dir wurde eine neue Variante Duotin gegeben. Als ich mir das im Labor angeguckt habe, waren die Ektoplatmi... Ektop... Plam... Plomati... Ektoplomatinwerte zu hoch. Das kann nicht gut sein. Ektoplomatin erschafft eine Tür zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das Problem ist, wenn das Ektoplomatin zu hoch ist, ist die Tür zu breit. Und das wird zu große Verwirrung in deinem Gehirn. Eine große Gehirnverwirrung? Ich bin etwas verwirrt, ja. Aber das liegt in allen neuen Dingen, die ich sehe und fühle. Was meinst du damit, Fran? Ich sehe die Ultra-Realität und ich reise in andere Welten. Ultra-Realität? Das müssen Folgen von Duotin sein, sonst nichts. Das stimmt nicht. Wenn ich noch mehr Medizin hätte, könnte ich es ihm zeigen. Du brauchst die Medikamente nicht mehr. Außerdem ist das alles nur in deinem Kopf, Fran. Alles in meinem Kopf, sagen Sie? Das könnte... Ich... Dann könnte ich es vielleicht kontrollieren. Ich meine damit, dass du die Dinge einbildest. Das ist alles. Ich habe versucht, meiner Mutter die Wahrheit zu sagen. Aber Vater würde ihr wehtun. Ich will meinen Vater nicht wieder mit dem Messer spielen lassen. Meine Arme tun weh. Was? Wo hat ihr Vater Ihnen mit diesem Messer wehgetan, Doktor? Was? Wer hat dir das gesagt? Sie! Oder etwa nicht... Ich. Habe gar nichts darüber gesagt. Oh mein Gott. Dann stimmt das also. Oh bitte. Konzentrieren wir uns. Aber Sie hören mir nicht zu. Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Ich frage mich, wer dahinter steckt. Die Schwestern. Oswald. Wer weiß. Ich weiß es. Es ist das große schwarze Monster. Remor. Er nahm mir meine Eltern und jetzt jagt er mich, wenn wir mich tot sehen. Ich wünschte, ich wäre in die Terster geblieben. Mit Palontras und der große Zauberer. Von sprichst du da? Bitte, Fran. Ich meine es ernst. Ich habe mich nie von Edward oder von Palontras verabschiedet. Und mein Kätzchen ist jetzt alleine. Palontras? Edward? Bitte, Fran. Palontras ist der Arzt von den Terster. Er kann fliegen. Sehr flauschig. Und Edward ist mein treuer Freund. Er hat mich mit seiner Maschine nach Hause gebracht. Scheinbar hast du dann in einem Märchen gelebt. Es war nicht immer alles gut. Die Zwillinge sind fort wegen mir. Ich habe gesehen, wie ich Mr. Midnight getötet habe. Und Mama und Papa sah ich auch. Die Zwillinge? Welche Zwillinge? Diese Mädchen, die aneinander genäht waren. Aneinander genäht? Das erinnert mich an den Fall von Clara und Mia. Ja, Clara und Mia. Das waren sie ja auch. Zwei Mädchen in der Anstalt. Sie sagten, sie seien eine Kreatur namens Edward oder so. Edward? Ich glaube, das verstehen Sie falsch. Edward ist richtig. Was geschah mit den Mädchen? Dr. Oswald experimentierte mit ihnen. Er näherte sie zusammen. Ja, siehst du. Ich wusste, dass es Experimente sind. Und deswegen... Und ja, mein Freund. Hauptsächlich um die Reaktion der DNA zu sehen. Aber nichts geschah. Ein paar Monate später starben sie und ihre Köpfe wurden in einen Brunnen geworfen. Können wir... Das ist das Schreckliche. Sie können mich nicht zurück in die Anstalt bringen. Keine Sorge, das mache ich nicht. Ich habe dich mitgenommen, damit du mir hilfst. Vielleicht finden wir etwas, das uns den Verantwortlichen dieser Schande bringt. Danke, Doktor. Vielleicht hatte Palantras doch recht. Sie sind kein böser Doktor. Sie sind immer ein alter Mandakhan, der den Regeln folgt. Den Regeln folgen? Tja, heute Nacht nicht. Boah. Das ist alles so verwirrend. Oh Gott. Und wer... Wer liegt im Sarg von Fran? Stimmt, das ist eine interessante Frage. Hier wären wir. Aber das ist der Friedhof. Was tun wir hier? Das wirst du schon noch sehen. Komm schon, mir nach. Oh. Wow. Hallo, ich stand vor. Bist du müde? Du bist gruselig. Ich wünschte, ich hatte Flügel wie du. Okay. Boah, es bezieht mich jetzt so. Ich muss es wissen. Hier ist die letzte Ruhestecke deiner Eltern. Und auch deine. Aber. Jetzt. Mir ist gerade noch was eingefallen. Die Grace musste auch irgendwie mit drinstecken. Weil in der Zeitung steht, dass Fran tot ist. Aber Grace war ja in der Anstalt, um nachzufragen, wie es ihr geht. Und sie will sie mit nach Hause nehmen. Die steckt da auch mit drin. Kannst du mir nicht erzählen. Warum haben sie mich hierher gebracht? Tut mir leid, Fran, aber die Dinge sind, wie sie sind. Deine Eltern wurden ermordet. Wenn wir wissen, wer sie getötet hat, kann es das helfen, die Dinge richtig zu stellen. Was meinen sie mit richtig? Ich meine damit, dass wir, wenn wir die Schuldigen finden, Gerechtigkeit erleben werden. Mit dem Gesetz können wir so etwas bestrafen und andere dafür schützen, verletzt zu werden. Ich verstehe. Und wobei brauchen sie meine Hilfe? Um Hinweise und Beweise zu finden. Wir müssen die Särge öffnen. Okay. Okay. Ich helfe. Vielleicht kamen die Dödlichwürmer schon. Wer? Wie auch immer. Wir brauchen Schaufeln zum Graben. Ich gehe nach links und du nach rechts. Wir sehen uns genau hier in ein paar Minuten. Alles klar? Ja, Doktor Dern. Wir sehen uns. Alter. Hast du dich nicht schon genug ausgeruht? Haben die Dödlichwürmer dich zurück in die Erde gebracht? Stehst du bald wieder auf wie ein Zombie? Hoffentlich nicht. Ich frage mich, was die Frauen ihren Händen versteckt. Ist das ein Käfer? Bestimmt versteckt sie ein Käfer. Okay. Martin Bow, du siehst ja Bow Degenhardt und Fan Bow Degenhardt. Habt ihr den Händenpunkt? Ah. 44 Reihe. Wir haben lieber 41. Nein, 139. Entschuldigung. Oh Gott, das ist schlimm. Oh Gott, steht da was lustig? Kein Name, keine Blumen, vielleicht ist niemand dort unten. Aber niemand ist gerne tot. Das ist also gut. Okay.